Die machen Experimente mit künstlichen Bibern. Ah, jetzt wird Zeit, über meinen nächsten bösen Plan zu sprechen. Ah, ich hab Affen gemacht! Davon ist ja auf gar keinen Fall was. Ja, ja, ist schon gut, ich probier ja was. Und ich probiere. Naja, die sind gar nicht so schlecht. Ja, ich werde meinen Plan erörtern, wenn ich mit diesen Waffeln fertig bin. Ich bin mit dem Kuchen und ich habe einen Schraub. Ich bin mit dem Kuchen und ich bin mit dem Kuchen. Ich habe einen Schraub. Ich mach mehr Waffeln! Nein, nein, nicht! Das reicht! Wir brauch' ich nicht noch mehr Waffeln! Nein! Wir brauchen für meinen bösen Plan! Hol' mir! Jan! Okay! Wo bleibt Jan? Kann ich. Wieso kann er nicht? Zu fett! Wieso zu fett? Waffeln! Ole! Bring mir eine Kübel! Jaaa! Hallo, hier ist eure Deine Freie Glotze und, äh, Ole. Hast du eigentlich einen YouTube-Kanal? Naja, egal. Wie ihr seht, haben wir total den Oscar für die besten schauspielerischen Fähigkeiten und das Video sieht voll unauffällig gespiegelt aus, damit das passender ist. Oh, ne. Und wie ihr seht, ich war beim Friseur und eigentlich unser super duper Gaststar, nur der wollte dann leider doch nicht mehr. Also hier nochmal böse Grüße. Deswegen... Deswegen mussten wir das Ende so ein bisschen alternativer gestalten. Aber auf jeden Fall viel Spaß! Bis zur nächsten Woche! Tschüss! 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 Dann machen wir einen kleinen Schlitz. Ich mache jetzt nicht die mir alle um den Kopf jetzt. Nein, 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 warte! Du machst... warte! Jaaa! Nein, nein, nein! Oh, oh! Nein, du machst jetzt die Sonocopie! Ha! 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 Jaaa!